was ist das kaputt mega kontrovers was ist denn hier los was macht denn der sebastian hier hallo werkzeug fans willkommen bei gotools tv mein name ist sebastian ja moment einmal es kann nur einen geben und das bin ich wer isabel ist das erkläre ich euch nachher noch mal wir haben heute einige sachen über die wir sprechen müssen mit nummer eins ich habe euch quasi belogen und zwar habe ich euch akkuschrauber vorenthalten da müssen wir noch über pleiten pech und pan sprechen beim thema radio test und natürlich sind die ersten aufkleber von euch da und ach gott wir haben noch ein thema und zwar das thema live darüber müssen wir noch sprechen bevor wir jetzt aber gleich über werkzeug sprechen und wir haben hier einige dinge über die wir sprechen müssen müssen wir kurz über isabel sprechen nein isabel ist nicht sandra warum ist hier eigentlich hier es ist so dass wir hier ja relativ schöne und angenehme studios haben wir haben viel platz und viel möglichkeiten aber ich drehe hier nicht jeden tag und deswegen habe ich gesagt okay ich gebe anderen youtuber noch mal die möglichkeit hier zu drehen und die nummer eins ist jetzt isabel die hier anfängt ihre eigenen videos einfach zu machen aber ich würde sagen sie stellt sich am besten mal selber vor ich bin isabel die tischlerin die punkte schlern ich habe 2020 meine ausbildung als tischlerin beendet und starte jetzt meinen youtube-kanal und genau deswegen bin ich hier dann darf ich hier meine youtube videos für euch produzieren formate wie das sonntagsmaterial was ich auf instagram schon hatte werden wir wieder aufleben lassen und sonst bin ich eigentlich ja einfach mit leidenschaft beim handwerk dabei habe deswegen auch eine nachwuchskampagne fürs handwerk gegründet das youth crafts festival und da das letzte Jahr daran gearbeitet daran werde ich auch weiter arbeiten aber jetzt geht es auch mit die tischlerin weiter und ich danke euch und go tools und helden der werkstatt dass ich hier sein darf das war also isabel ich freue mich total dass sie hier ist ich freue mich auch dass sie hier unsere möglichkeiten zu wissen nutzen kann ich bin sie schon sehr gespannt auf ihre videos ihren kanal verlinke ich dir am besten auch mal hier oben schaut gerne mal vorbei und lasst etwas liebe da ansonsten ist es so ihr habt eine menge liebe und freude bei uns da gelassen denn ihr habt uns aufkleber geschickt wir hatten ja gesagt ihr sollt euch oder ihr habt die möglichkeit uns auf der von euch zu schicken ja und dann verewigen wir euch bei uns an der sticker wall und das haben schon einige von euch gemacht oder zahlreiche von euch haben das schon gemacht und wir machen folgendes wenn ihr uns euren kanal mitteilt dann machen wir auch eine story damit und verlinken euch natürlich auch das hätte vielleicht schon auf go tools.de auf unserem gesehen den kanal noch nicht kennt ich verlinke das mal auch hier unten da seht ihr es zumindest und bitte kommt ihm weiter nach schickt uns gerne eure sticker wir verlinken euch und wenn ihr euch wenn ihr uns einen rückumschlag gebt dann schicken wir euch natürlich auch ein aufkleber von go tools mit dazu und aktuell solange wir noch welche haben auch schon den neuen helden der werkstatt aufkleber ich habe es vermisst also ich habe es wirklich ich vermisse es schon so lange her wir haben letztes Jahr sind wir glaube ich dreimal live gegangen genau der große Höhepunkt war ja nachher die große Go Challenge mit den Zuschauern hier und den Spielen sieht übrigens auf dem Boden immer noch ein bisschen nach den Spielen aus Toni liegt immer noch da wenn ihr nicht wisst warum ich verlinke euch das Video mal hier oben schaut euch das ruhig mal an auf jeden Fall ist es so dass das ganze jetzt schon viel zu lange her ist wir haben uns ein bisschen was vorgenommen heute sitzen wir gerade wieder zusammen und planen was wir mit euch da zusammen auf die Beine stellen seid auf jeden Fall gespannt ich werde es hier bekannt geben aber natürlich auch auf Instagram und ich würde mich freuen wenn ihr wieder zahlreich dabei seid ich muss sagen dieses Format mag ich besonders weil ich mit euch so schöne Interaktionen treten kann und wir uns nicht nur ein bestimmtes Werkzeug angucken beim letzten mal war es so dass ich euch gefragt habe sagt mal wollt ihr etwas zum Thema Werkzeugpflege wissen und das war ja schier unglaublich ich hab da quasi die Kommentare zugespampt und ja wir machen jetzt mal ein Video vielleicht sogar eine Video Reihe über Werkzeugpflege weil gibt es so viel über das man sprechen kann welche Pflegemittel nimmt man welche Pflegearten gibt es wie kann man auch Werkzeug kaputt pflegen auch das kann man alles machen also das werden wir auf jeden Fall mal aufgreifen aber das wird ein bisschen dauern weil ich möchte es auch ordentlich für euch machen insofern seid gespannt das kommt demnächst wenn übrigens aktuell ein Wunschvideo habt schreibt es gerne auch mal unten in die Kommentare ich bin sehr gespannt wir sind euch noch ein anderes Wunschvideo schuldig ich möchte es auch gerade gerade nicht wieder ansprechen da hinter der Kamera steht ist schon ein bisschen schuldbewusst weil wir beschäftigen uns mit dem Thema haben hier jede Menge dafür liegen aber egal bevor ich jetzt noch weiter an dieser das Video kommt demnächst weil es wirklich wirklich viel Arbeit ist kommen wir zu einem anderen Thema und zwar den Zuschauertest und bitte schreibt mal unten in die Kommentare rein wie fandet ihr die beiden Videos mit den Zuschauern ich muss sagen für uns war es war spaßig stressig mehr Arbeit hat sich aber auch gelohnt es war irgendwie ganz witzig ja also es war für uns glaube ich so ein Konglomerat aus allen möglichen Dingen am Ende des Tages hat es uns aber Spaß gemacht zu sehen was für interessante Videos rausgekommen sind denn das was wir wollten war dass wir einfach mal eine andere Sichtweise und einen Blick auf Werkzeuge haben und beim Radiotest war es einfach so dass ich gesagt habe Mensch lass uns doch mal seit Monaten lass uns doch mal so einen Test machen wo man nicht weiß was sehe ich denn eigentlich was teste ich denn eigentlich das mit einer Stichsäge schwer vielleicht machen wir das auch mal mit verbundenen Augen oder so wer weiß wir wir werden uns aber wahrscheinlich nie an der Tischkreissäge machen nur mit Zuschauern die wir nicht mögen oder Mitarbeitern die wir nicht mögen naja auf jeden Fall war das das Thema beim anderen Thema Akkuschrauber war es so dass ihr sehen solltet wie andere Menschen auf diese Geräte schauen ja weil ich habe einen bestimmten Blick auf diese Geräte und gebe euch nach Möglichkeit immer alle Informationen bei dem Video ging es mir aber darum dass Zuschauer euch ihre Sichtweise und ihr Gefühl euch mitgeben so dass ihr sehr sehr objektiv entscheiden könnt was ist für euch der richtige Akkuschrauber das richtige Gerät und deswegen schreibt mal bitte unten in die Kommentare was ist eure Meinung sollen wir das wieder machen und wenn ja Nummer zwei wenn wir es wieder machen sollen was wäre denn ein Test den wir machen sollen mit Zuschauern zusammen ja also wir haben Lust drauf wir können auch nicht jeden von euch leider hier her holen wir müssen überlegen wer sind denn die nächsten Zuschauer wie wählen wir die aus wie können sie sich melden weiß ich noch nicht bitte noch nicht zahlreich melden sondern wir geben das entsprechend natürlich genau hier wieder bekannt kommen wir zurückschau und kommen wir zum verlorenem Akkuschrauber beziehungsweise zu verloren Akkuschrauber Klasse und was war denn man hier los wir haben ein Video gemacht weil ich habe ein Video gemacht über Metabo Akkuschrauber so weit so gut hat wie immer Spaß gemacht und ich wollte euch näher bringen was ist der richtige Akkuschrauber für dich aus dem Thema oder beim Thema Metabo habe ich auch mitgegeben dass es hier zwei verschiedene Varianten gibt es gibt die mit Bohr mit Schlagbohr Funktion die ohne Schlagbohr Funktion meine Favoriten und habe ich aber gesagt es gibt jeden einzelnen immer doppelt in zwei Varianten das kostet nicht mehr und bla 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 eigentlich egal denn es gibt beim Metabo noch eine dritte Variante und das habe ich euch nicht gesagt habe ich schlichtweg vergessen warum auch immer habe ich habe es einfach vergessen euch mitzugeben denn es gibt von Metabo auch jeweils die Variante mit als Quick Variante das heißt ihr habt die verschiedene Aufsätze ihr habt einen Exzenter Aufsatz ihr habt einen Winkel Aufsatz und weiß ja was und all das habe ich euch schon mal vorgestellt von einem Akkuschrauber das Video verlinke ich dir mal hier oben von Metabo aber ich habe euch nicht gesagt dass es auch von allen anderen gibt Asche auf mein Haupt sei hiermit gestreut ich werde euch das glaube ich aber noch mal vorstellen und zwar noch mal separates Video machen denn es gab auch die Anmerkung dass es von Metabo ja auch einen Dreigang Schrauber gibt das aber schon ein relativ spezielles Gerät und es gibt noch mehr von Metabo es gibt nicht nur ein Dreigang Schrauber aber es gibt auf jeden Fall wenn ich mich richtig erinnere noch ein Gerät ein Gewindebohrer der speziell dafür da ist um Gewinde zu schneiden der hat Vorlauf Rücklauf genau dafür ausgelegt und ich glaube ich werde einfach noch mal genau dazu noch mal ein Video machen beim ganz normalen Akkuschrauber steht das Video genauso richtig da wie es stand aber entschuldige dass ich euch diesen einen Satz nicht dazu gegeben habe dass es sie auch noch als Quick gibt wenn ihr davon noch nie was gehört habt das Video habe ich euch gerade verlinkt wo ich euch das schon mal vorgestellt habe und ich sage euch die Quick Aufsätze bei Metabo Heidewitzker das ist mal stabil das ist stabiles Zeug nächstes Thema auch wieder mega kontrovers was ist denn hier los was macht denn der Sebastian hier und zwar das Thema Kartuschenpresse ich hatte kurz das Gefühl dass ich hier gefeiert werde weil ich ja Äpfel mit Böden verglichen habe ich habe ja das Gerät genommen und habe die schlechteste Kartuschen eine Hand Kartuschenpresse genommen die nur irgendwie geht und da habe ich Äpfel mit Böden verglichen ja denn ich wollte Äpfel mit Böden vergleichen das war meine Absicht und ja ich habe die schlechteste Kartuschenpresse die ich irgendwie gefunden habe genommen meine eigene die ich seit weiß ich nicht 12 13 14 Jahren habe aber viele von euch haben glaube ich auch so eine und die ist wahrscheinlich auch 12 13 14 Jahre alt oder älter und funktioniert genauso gut und macht genau dasselbe schön es gibt einige nicht motorisierte Kartuschenpressen die wirklich sehr gut sind die auch schon etwas mehr Komfort bieten und auch etwas leichter zu bedienen sind am Ende des Tages bleibt es aber bei dem selben Thema so eine Kartuschenpresse wie diese hier macht total Sinn es gab jetzt da zum Beispiel auch einen Kommentar unten drunter sagte ja wenn du Fliesenleger bist dann hast du auch ruckzuck mal in einem Tag 60 Kartuschen hinter dich gebracht das will ich nicht mehr so machen also das will auch der Fliesenleger glaube ich nicht mehr so machen es gibt schon auch Fliesenleger die jetzt sagen doch ich will das so machen ich will das ist okay kein Problem ich wollte euch nur zeigen und euch mal aufklären dass es hiermit anders geht schöner geht und auch wirklich viel Spaß macht und ja das Gerät kostet ein paar Euro aber wenn ich persönlich demnächst irgendwann noch mal viel mit mit Kartuschen machen muss im Zweifel kaufe ich mir den nehmen wir mit nach Hause und da wird er wahrscheinlich auch bei mir in der Werkstatt bleiben weil wir haben hier bei uns in der Decke wo wir es benutzt haben schon gemerkt das ist schon wirklich nicht schlecht wenn man hier nicht quetschi quetschi machen muss ja und er hat mich übrigens auch gebeten dass ich noch mal einen Marktvergleich mache oder habe ich erstaunt da habt ihr nämlich mir gesagt es gibt ja sowas auch in 12 Volt von Milwaukee das sollten wir uns vielleicht mal angucken und auch mal einen Vergleich machen wer quetscht am schnellsten kommen wir zur nächsten Sache hier da habe ich euch glaube ich ein bisschen bisschen vom Ofen her geholt beim neuen Schlagschrauber von Bosch viele haben gesagt Mensch kannte ich sogar nicht viele haben gesagt kannte ich doch es ist klar weil der GDX ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues das gibt es von Bosch schon länger viele kannten es aber nicht und viele kennen nur den ganz normalen in Hex in der Hex-Version oder also hier mit Hex auf Aufnahme oder mit außen Vierkant und das hier ist viel an vielen glaube ich vorbeigegangen und ich finde den schön ich feiere den ich habe ihn gerade bei Helden der Werkstatt auch schon eingesetzt und ich muss sagen gerade auch in der Newtonmeter Klasse und in der Kompaktheit macht er für mich total Sinn denn wir haben hier 210 Newtonmeter Anzugs Drehmoment und da hat er bei uns ich glaube wenn ich mich richtig erinnere eine 280er Schraube ganz entspannt ins Holz hinein gleiten lassen wenn ihr zu solchen Themen noch mehr wissen wollt schreibt gerne mal unten in die Kommentare würde mich sehr interessieren nächstes Thema die Radios ja 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 hier ist was los hier ist was los da habe ja was angerichtet viele von euch fanden das Video gut ja das freut mich erst einmal es gab auch kritische Stimmen dass wir hier einige Sachen anders hätten machen können ja hätten wir das heißt aber nicht dass unser Test falsch war denn es gibt da kein richtig oder falsch aus meiner Sicht Anmerkung Nummer eins die von euch häufig kam oder die eine häufige Anmerkung unter dem Video zumindest war wir hätten sie alle mit derselben Lautstärke testen sollen nein auf keinen Fall hätte null Sinn gemacht weil dann hätte ich sie auf die minimal mögliche Lautstärke des leisesten Radios pegeln müssen wenn ich das gemacht das wäre glaube ich das mit Tabor bin mir aber nicht sicher ich glaube es wäre das mit Tabor gewesen das mit Tabor war im Verhältnis relativ leise hätte ich alle anderen inklusive ja auch unser Monster nach unten pegeln müssen und dann hätten die Zuschauer die ja getestet haben keinen Unterschied mehr gehört man hört die Unterschiede so im Grenzbereich wenn es so schon ordentlich laut das scheppen sie wie ist der Klang und so weiter und so fort hört man nicht mehr wenn es so leise ist dass sie alle dann doch wieder gleich klingt ja weil man muss sagen im relativ leisen Betrieb ist es so dass eigentlich alle sehr guten Job machen also Nummer eins Nummer zwei das Thema Equalizer da gehen die Meinungen ja auch sehr weit auseinander weil wir haben gesagt wir testen sie alle mindestens erst einmal mit Equalizer Flat das heißt wir stellen sie alle auf Werkseinstellung wir nehmen sie so wie sie aus der Verpackung kommen und klingen natürlich hätte man jetzt noch jeden einzelnen nach Möglichkeit einstellen machen und tun können das fanden wir aber erst einmal unfair und das war unsere Idee das nicht zu machen wenn die Hörer unbedingt noch mal andere Equalizer Einstellungen hören wollten haben wir das getan ja aber es hat aus meiner Sicht nur bei drei Geräten Unterschied gemacht Gerät Nummer eins war das Makita und da haben wir einen Fehler gemacht und zwar das Makita konnten sie mehrmals hören einmal mit der Equalizer Einstellung haben wir es aber nur reingeschnitten habt ihr gesagt das völlig unfair weil das scheppert nur weil wir den Equalizer falsch eingestellt haben das scheppert auch wenn wir die Equalizer normal einstellen das ist einfach so ja haben wir leider nicht reingestellt waren Fehler dadurch habt ihr den Eindruck gewonnen dass wir das nur so getestet haben und dass das irgendwie verfälscht hat das war ein Radio Nummer zwei war ist das Bosch ich glaube sogar beide Bosch haben wir haben wir so getestet Nummer drei vergessen bei irgendeinem war es noch dass die Zuschauer das gerne gehabt hätten am Ende hat es aber eigentlich keinen großen Unterschied gemacht und das Ergebnis war erst mal auf der Nulllinie das gleiche weil ich glaube auch dass das für die Aussagekraft des Tests so die bessere Idee war wenn ihr gerne noch mal einen Equalizer getesteten Super Test haben wollen schreibt es unten in die Kommentare kein Problem dann machen wir es nochmal weil es hat wirklich Spaß gemacht ja von mir noch mal übrigens ein Feedback es gab noch mal zwei Feedbacks Nummer eins es gab von euch noch mal so die Idee ja und dann habt manchmal habt ihr das hingedreht manchmal habt ihr es nicht hingedreht liegt auch daran was ihr gesehen habt denn der der Gesamt Test wäre sonst anderthalb zwei Stunden lang gewesen wir wollten euch auch nicht jede einzelne Sequenz wie wir das Radio hingedreht haben zeigen wir haben viele Radios die in eine bestimmte Richtung schallen haben wir einmal zur Seite gedreht und einmal auch Richtung Zuschauer gedreht das ist noch mal ganz wichtig Nummer zwei habt ihr gesagt ja er hätte ja gar keinen Stoff da sein dürfen und so weiter doch auf jeden Fall selbst wenn ich eine Kiste drüber gemacht hätte Hauptsache alle haben dieselben Bedingungen das war für mich wichtig und alle hatten dieselben Bedingungen da war halt immer dieselbe Stoffbahn die da war neben mir stand immer unsere Kamerafrau die hatte auch den Schall irgendwie beeinflusst genauso wie ich und so weiter und so fort es kam uns nur darauf an dass der Test immer gleich war was mich übrigens in Summe über alle Radios am meisten beeindruckt hat war eigentlich das Festool gar nicht weil der Klang so super toll war sondern weil der Klang wirklich sehr gut war natürlich gab es andere die noch besser waren aber überlegt euch mal also ich habe das ja da auch schon mal gezeigt aber jetzt überlegt euch mal das war glaube ich Platz drei wenn ich mich richtig erinnere ja vor nach diesem Gerät und nach dem Dewalt fein aber wir reden jetzt davon dass das hier ich mache es extra im Profil das hier das ist alles ja wo der Klang raus kommt hier unten habt ihr eine Box und die Sachen rein machen und das ist schon wirklich beeindruckend und ich finde auch irgendwie ist das so ein Preis-Leistungs-Ding ja das ist nicht günstig bei weitem nicht aber wenn du dich in diesem Boxsystem aufhältst ist das eine echt gute Sache übrigens als Hinweis noch mal das ist kein Radio ist eine Bluetooth Box ja das muss man wissen sollte einem bewusst sein weil viele von euch hören ja auch gerne Radio so so viel zur Rückschau schreibt gerne mal unten die Kommentare falls euch noch etwas aufgefallen ist aus den letzten Monaten ob ihr irgendwas vermisst habt dann schreiben wir es gerne euch in die Kommentare ich bin sehr gespannt auf die neuen Aufkleber von euch bin auch sehr gespannt was ihr zu den Zuschauertests sagt und wir hören uns nein nicht wir hören uns wir sehen uns demnächst auf jeden Fall live wieder da bin ich schon am meisten gespannt und ich würde euch gerne schon mehr vor erzählen davon aber nein darf ich nicht jetzt sage ich euch erstmal an das Werkzeug und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal